Shaka! Und alles gut? Schicke Haube, mag ich. Bam! Jackass! Alter, bist du total krass, oder? Was ist denn? Alter, der war hart, oder? Alter, wie viel war das? So? Der war schon im Rasen, Alter. Echt? Der war schon im Rasen. Alter Schwede, ich dachte jetzt so... Der war nicht im Rasen. Der war mit der Spitze im Rasen. Der war nicht im Rasen. Alter, so und mit roter Fläche unten. Hast du das auf deine Kamera? Alles. Den ganzen Scheiß, den wir gerade geredet haben. Sehr gut. Hoffe ich. Ich muss hier weiter. Alter, es ist keine Zeit. Alter, muss Vusolo dranhängen. Das ist schön, das freut mich. Danke. Und dann müssen wir auch so den Lynx- und den Mikro-Heli und den Blade einstellen. Es ist so gut, Alter. Wir verstehen uns. Soll ich das ganze Quatsch auf dem Video einfach mal mit drauf lassen? Ach so, das ist scheißegal. Wir wissen doch eh alle, dass wir bekloppt sind. Roland, lach mal! Stopp, reicht! Ja. 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 Ja.